Musik Zum Abschluss der Freimatssaison hatte das Team des Freizeitbad Netfen jetzt zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Bei kostenlosem Eintritt wurden den Besuchern vielfältige Aktionen rund um das Thema Wasser, Gesundheit und Sauna angeboten. Eine besondere Attraktion stellten die großen Wasserbälle dar, in denen man über das Wasser laufen konnte. Auf dem Freibadgelände war eine 6 Meter hohe Kletterwand aufgebaut, an der man Mut und Geschicklichkeit beweisen konnte. Die Löschgruppe um Linkhausen der Netfenmer Feuerwehr führte Geräte und Rettungsübungen vor. Die Burgenschützen aus Herzhausen boten die Möglichkeit, die eigene Treffsicherheit zu testen. Auch die Türen zur neuen Saunalandschaft wurden für die Besucher geöffnet. Die im Herbst 2012 fertiggestellte Sauna wird beständig erweitert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017